Oh mein Gott. Okay, das ist eine schnelle Frage, glaube ich. Soll das Wahlrecht auf Bundesebene auf österreichische Staatsbürgerinnen beschränkt werden? Bei Nationalratswahlen sind nur österreichische Staatsbürgerinnen wahlberechtigt. Bei der Nationalratswahl 2024 sind 19% der österreichischen Bevölkerung im Wahlalter nicht wahlberechtigt. Viele davon mangeln Staatsbürgerschaft. Dem Migrant-Integration-Policy-Index zufolge ist es in Österreich besonders schwer, einer Staatsbürgerschaft und damit das Wahlrecht zu bekommen, weil die Voraussetzungen dafür besonders streng sind. Also da geht es ganz einfach darum zu sagen, darfst du nur wählen, wenn du österreichischer Staatsbürger bist oder darfst du auch wählen, wenn du in Österreich wohnst, okay? Hey du, ja genau du, du das Video scherzt gerade. Du interessierst dich scheinbar für Politik, für ein paar Fragen? Dann gib bitte wählen. Am 29. September sind nämlich die Nationalratswahlen in Österreich und deine Stimme zählt. Denn wir wollen keine rassistischen und ausgrenzenden Parteien hier an der Regierung haben, sondern wir wollen ein sozial gerechtes Österreich für alle Menschen haben. Und dementsprechend bitte gewählen, gib deine Stimme ab und wähl nicht diese menschenfeindlichen Parteien. Das kannst du machen, indem du einfach in dein Wahllokal gehst oder bis zum 25. September, je nachdem wann du das Video siehst, noch eine Wahlkarte beantragst. Das geht ganz einfach online mit der digitalen App, digitalen Amt-App, so rum, oder auch per Postweg. Und dann kannst du diese Wahlkarte einfach in einen Postkasten einwerfen und du hast gewählt, deine Stimme zählt. Und genau das gleiche solltest du auch Leuten in deinem Umfeld erzählen. Freunden, Familien, klär die auf, schick denen vielleicht das Video, wenn es ein Thema ist, was heiß diskutiert wird. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Beantwortung dieser Frage. Es ist jetzt nicht deklariert, auf was für eine Dauer, weil ich würde da schon hineinbeziehen, dass du halt auf jeden Fall einen angenommenen Asylantrag haben solltest und auch eine gewisse Zeit lang da sein solltest und kein Doppelwahlrecht haben solltest. Das sind so die drei wichtigen Sachen, die ich dafür an eine Bedingung knüpfen würde. Weil wenn du halt nicht schon ein paar Jahre wohnst hier, dann hast du ja absolut keinen Bezug und keine Ahnung. Ich meine, die meisten Leute, die in Österreich ihr Leben lang leben, haben keinen blassen Schimmer, was die Politik von ihnen will und könnten diese Fragen dann nicht mal richtig beantworten. Was ist Doppelwahlrecht? Naja, dass du davon ausgehst, du bist türkischer Staatsbürger, wohnst zu zehn Jahren in Österreich und darfst dann aufgrund deines Wohnsitzes in Österreich wählen, aber aufgrund deiner Staatsbürgerschaft in der Türkei. Weil Türken, die in Österreich wohnen und türkische Staatsbürgerschaft haben, dürfen in der Türkei wählen. Über Briefwahl oder sowas, oder Wahlkarte. Und es macht halt keinen Sinn, wenn du in zwei Ländern wählen darfst, wenn du in einem wohnst. Und dann gibt es halt diese ganz geringe Ausnahmegruppe an Leuten, die halt Doppelwohnsitz hat und auch die ganze Zeit hin und her pendelt und wirklich ein halbes Jahr dort und ein halbes Jahr da wohnt. Aber das sind halt so wenig Leute, dass es wirklich nicht relevant ist, für die eine Ausnahmeregelung zu machen, glaube ich. Wie willst du sowas umsetzen ohne die Staatsbürgerschaft? Was meinst du? Ich würde es an die Wohndauer knüpfen. Und wie willst du das dann prüfen, dass die nicht nur in einem Land wählen dürfen? Kann man nicht, das ist das Problem. Aber es ist ja genau das Gleiche wie, ich habe meinen Hauptwohnsitz in Wien und meinen Nebenwohnsitz bei meinen Eltern in Niederösterreich. Die Behörden haben einen Fuck-up gemacht und mir für die letzte Niederösterreich-Wahl haben die mir eine Wahlkarte geschickt. Und das heißt, ich hätte rein theoretisch in Niederösterreich wählen gehen können, aber dann halt auch in Wien wählen gehen können. Habe ich halt nicht gemacht. Aber ich hätte es machen können. Und ich glaube, das passiert nicht selten. Und das kann man halt nicht überprüfen. Und erst recht nicht, wenn es dabei um andere Länder geht. Also halt die Frage, wie man das halt macht im Endeffekt. Ich glaube, da müsste man so eine Sperre reinmachen, dass, wenn du irgendwo gewählt hast, dann bist du für eine andere Wahl in der nächsten Zeit blockiert oder so. Das wäre eine Option. Aber es ist eh komplett fucked up, so an sich. Aber ich würde die Frage einfach simpel und einfach damit beantworten, nein. Weil es gibt ja auch Leute, die eben dann zum Beispiel nicht in einem anderen Land wählen wollen oder überhaupt Interesse daran haben. Keine Ahnung, sagen wir, du bist chinesischer Staatsbürger, lebst aber, also keine Ahnung, du bist in China geboren. Deine Eltern sind dann aber mit dir hergekommen. Und du kriegst aber die österreichische Staatsbürgerschaft nicht, sondern hast die ganze Zeit chinesische Staatsbürgerschaft. Und kannst sie nicht wählen, aber willst nie wieder in dein Leben zurück nach China oder so, weil, keine Ahnung, deine Eltern politische Flüchtlinge sind. Ja, okay, das ist ein extremes Beispiel. Aber du willst eh nie wieder dort zurück und willst doch dort nicht wählen oder so. Wählen in China, lol. Und dafür solltest du dann einfach, wenn du dein Leben lang hier lebst, auf jeden Fall wählen dürfen. 100 Prozent. Aber ja, also soll das Wahlrecht auf österreichische Staatsbürgerinnen beschränkt bleiben? Nein. Gewichtung? Sieben. Wahlrecht auf Bundesebene für österreichische Staatsbürgerinnen. Ja, genau, okay. Soll das Wahlrecht auf Bundesebene auf österreichische Staatsbürgerinnen beschränkt bleiben? Die ÖVP sagt ja. Wir lehnen jeglicher Aufweichung der Vergabe der österreichischen Staatsbürgerschaft oder auch des Wahlrechts ab. Natürlich, ist ja eine rechte Partei. Die SPÖ sagt auch ja. Okay. Die Wahl der gesetzgebenden Organe soll nur Staatsbürgerinnen zustimmen. Die SPÖ spricht sich aber für eine Erleichterung des Erwerbs der Staatsbürgerschaft im Sinne einer gelungenen Integration und Senkung der bestehenden Einkommenshörden aus. Okay, das ist immerhin eine Half-Ass-Antwort. Weiß nicht, ob es mir gefällt, doch. Das ist jetzt the most racist shit, den ihr lesen werdet. Damit ausländische Staatsbürger nicht über die Zukunft Österreichs entscheiden, muss das allgemeine Wahlrecht auf Bundesebene den österreichischen Staatsbürgern vorbehalten bleiben. Mit der Staatsbürgerschaft sind eben Rechten wie den Wahlrecht auch Pflichten wie die Wehrpflicht verbunden. Danke für die Seiteninfo. So, als ob das irgendwie die Leute abschrecken soll. Hä, Bruder, wenn du eine Staatsbürgerschaft willst, dann knechten wir dich im Bundesheer, ja? Weißt du eh, ja? Ha, du Getsch, bin Staatsbürgerschaft in Österreich wieder. Real Talk. Grüne. Es ist demokratiepolitisch problematisch, große Teile der länger hier lebenden Bevölkerung vom Wahlrecht auszuschließen. Wir wollen daher im ersten Schritt des Kommunalwahlrechts, das EU-Bürgerinnen haben, oft Drittstaatsangehörige, die schon lange hier Leben erweitern. Ja, das macht Sinn. Neos. In unserem Europa können die Menschen sich nicht nur frei bewegen, sondern auch ihre Heimat in Europa frei wählen. Wir Neos fahren ein ungeschränktes Wahlrecht für alle EU-Bürgerinnen, die seit mindestens sechs Monaten in Österreich einen Hauptwunsch jetzt haben. Sechs Monate finde ich viel zu krass wenig. Das finde ich viel zu wenig. Legit, sechs Monate ist so eine Einladung. Wenn gerade nicht Russland-Ukraine-Krieg wäre, dann würde Putin so Step by Step russische Leute in allen europäischen Ländern ansiedeln, damit die dort die Wahlen beeinflussen können. Legit. Wenn es sechs Monate wären. Bierbata, ja? Keine Antwort. Super. Also wirklich, wer die Wahlkabine macht und mit machen meine ich nicht sich dumm durchklicken, sondern den Scheiß wirklich lesen und dann noch Bierpartei wählt, hat wirklich einen Schaden. Das ist wirklich unfassbar. Und die haben mehr Stimmen als die KPÖ-Order. Das ist so krank. Leute haben zero politische Bildung. Und kein Verständnis. Wer hier lebt, arbeitet, Steuern bezahlt etc. soll auch an der Demokratie teilhaben können. Anders schafft man nur Parallelgesellschaften. Richtig. Ab wann genau das Wahlrecht erteilt werden soll, soll neben anderen wichtigen Themen von Bürgerinnen und Demokratiekonventen erarbeitet werden. Das ist actually based. KPÖ. Alle, die da oft in Österreich wohnen, sollten ein Mitspracherecht haben. Dazu gehören auch ein Zugang zum Wahlrecht. Zusätzlich braucht es einen leichteren Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Perfekte Antwort. KPÖ. Auch dumm, dass sie sich so benannt haben. Ja, aber die gibt es ja schon seit über 60 Jahren oder so. KPÖ gibt es ja schon wirklich lange. Also der Name ist ja historisch behaftet, logischerweise. Ich check, was du meinst, weil vor allem die alte Generation halt einfach sofort denkt, Kommunismus ist gleich böse. Weil die halt einfach legit in den 60ern mit Propaganda bombardiert wurden während dem Kalten Krieg. Aber keine Ahnung. Da verlangt es mehr Aufklärung. Wir bräuchten so Bildungskurse für ältere Leute, die von damals halt Propaganda erfahren haben, die mittlerweile resolved wurde. Kann man gleich irgendwie über Israel Gaza unterrichten und Palästina? Ein bisschen über Kommunismus? Wäre doch was. Vielleicht macht Prosa das. So, das Gegenstück zu Prosa ist dann so ein Abendgymnasium für alte österreichische Boomer. So, warte mal, wo waren wir gerade? LMP. Ja, aber es soll diesbezüglich Erleichterungen geben zur langen Doppelstaatsbürgerschaft. Reduzierung der Gebühren für die Staatsbürgerschaft. Naja, das ist HVS-Shit. Das nächste. So, soll es bei einer verpflichtende österreichische Volksbefragung geben, wenn Volksbegehren von 10% der Wahlberechtigung unterschrieben wurde? ÖVP sagt ja. Volksbefragung und dienen dazu, dass Volk über eine Angelegenheit von grundsätzlicher und gesamte österreichischer Bedeutung... Eigentlich ist das scheißegal, gell? Also das interessiert mich wirklich nicht. Warum sagt die SPÖ? Nein, das interessiert mich nur. Die SPÖ ist für eine stärkende direkte Demokratie und mehr Bürgerinnenbeteiligung, zum Beispiel Bürgerinnenräte. Ja, aber das schließt ja dann noch nicht aus. Und die verpflichtende Behandlung von Volksbegehren im Parlament. Das ist jetzt schon so. Das ist wieder typisch SPÖ. Verpflichtende Behandlung von Volksbegehren im Parlament. Das ist jetzt schon Gesetz. Das ist seit der Einführung von Volksbegehrengesetz. Und ich check nicht, warum die da reinschreiben, dass sie dafür sind, dass das eingeführt wird, wenn es schon der Status quo ist. Das ist so klassisch SPÖ. Wirklich. Bei einer großen Zahl von Unterstützung ist das extra Pflicht nicht. Okay, okay. Bier, nein, ist auch spannend, okay? Die Bierpartei setzt sich für mehr Bürgerinnenbeteiligung durch Menschenräte ein, vor allem für schwierige und richtungsweisende Fragestellungen. Ja, dein Volksbegehren ohne vorherige inhaltliche Befassung gehen hier gleich viel zu kurz. Vorred, aber ich würde das, also sowohl als auch. Ehrlich. Sowohl als auch.